Und zu einer nächsten Runde Primal Punished Instinction Auf der guten alten... ...Hallest... Oh... Oh, oh, oh! Bin ich verrückt, ich bin wahnsinnig! Ja, ja! Oh... Erster Sturmangriff, 6 zu 2, jawoll! Also die Maps wurden auch ein bisschen bearbeitet. Ein Grund, viele, einige Maps bearbeitet sind. Aufgrund eben der teilweise neuen... ...Mechaniken. Das geht dann teilweise nicht mehr mit den alten Maps. Weil ja die Tyrannum nicht mehr so stark sind und sowas. Daher braucht man... Sind teilweise einige Stellen... ...die sind jetzt auch zugänglich gemacht worden. Weil sonst ist das alles schon zu... Wo ist das alles zu... Ah! Ah! Ah, guck. Das war jetzt nicht blockierend, oder? Oh... Schüsschen, 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 schüsschen... Halli... Ah, ah, ah! Oh Gott! Oh Gott! Aua! Das war bestimmt nicht... Flick mit rein, Mädchen! Und der Camperplatz hier? Ah! Gut! Da werden die alle gerade schon auf dem Weg dahin, schon alle dahin gesnackt. Wo ist denn das? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hast du gerade etwas zugezeit gemacht, du Schweinchen? Was? Und was? Leider hat... ...die... ...Fänge der Unferdspieler sehr stark zugenommen. Also... ...das ist schon... ...das ist schon furchtbar. Auch wenn noch irgendein Spiel richtig gearbeitet wird, aber... ...ich denk mal... ...das Spiel wird irgendwer kurz oder lang zugrunde gehen. Oh, lass mich pick! Lass mich pick! Lass mich wenigstens noch ein paar Assistenzen finden. Halli, Halli! Weg, nimm mal mit hier, ja? Nein, du schießt jetzt nicht auf mich auf! Lass mir doch meinen Kill! Oh, 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 oh! Heiliger Scheiß! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Fehler! Alter Schema! Ich brauche was zu fressen und renne nur noch über Menschen! Und begegne überall Menschen! Das hat sich nicht geändert! Mein kleiner Fluch! In diesem Spiel! Oh, na, was haben wir da? Ränderbringmenschen! Oh nein! Oh, oh! Kann ich mich an den ran bauen? Oh ja, der Trapper in der Hand, der an den Lepp. Tschüss! Jetzt hab ich über Glück gehabt, der... So, gerade... Ah! Gewechselt heute? Weil, dass er den jetzt woanders geschossen hat... Man weiß ja gar nicht, wo man hinkommt. So, hier, rechts oder links oder rechts. Vorne oder hinten? Kriegt da was mit? Nee, kann man nicht. Kann man nicht mal mehr aufdrehen. Dankeschön. Dann macht es irgendwie immer da was. Hängt da hier auch wieder ab? Weg damit, genau. Ach, verdammt. Immer direkt von vorn, damit sie mich durchkommen sehen. Dich eben mit, so. Aua. Ach, dann eben nicht. Dann eben nicht. Ich schlafe ich hier. Ich muss da so schön alle abhängen. Ähm, okay. I'm too late. I'm too late. Hat sich alles schon erledigt hier. Aber ich krieg noch was mit. Ich darf noch was mit. Ich darf noch was mit. Hey, tue da. Ich donner dich auch noch mal an. Oh, noch ein paar Pünktchen. Oh, ich hör doch die ganze Zeit, wo die Leute gerade sagen. Ach, hier sind die Herrschaften. Natürlich. Natürlich sind wir hier. Einmal. Ich liebe es, durch solche Ecken durchzugehen. Ich bin immer noch gerne der Camperkiller. Das mache ich immer noch gerne. Camperlöcher ausheben. Ich kriege auch noch. Ja. Und damit ja. Voll. Wieder auf. Und auf mein Grund. Lösch. Oh. So many birds. Das waren nicht die Vögel, die euch getötet haben. Das war noch die Bodentruppe. Mit dazu. Oh, und einmal mitten durch die Mitte. Und einer rechts, äh, einer links. Und zack, 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 zack. In surviving. I have survived. Was darf ich hier noch mit? Komm. Jawoll. Au. Nein. Nicht hängen. Nicht hängen. Nicht lauer. Ah. Dank. Aber gut, da rum. Nicht schnell. So muss das laufen. Und alles aufgeräumt. Na gut. Wir schaffen hier ja wieder irgendwo ab. In der Ecke kenne ich mich noch nicht ganz so aus. Hier bin ich nicht allzu häufig. Aber ich werde ja schon wie Hanja ballert. Au. Ich ziehe nochmal kurz zurück. Spino bei dem Doomer, bitte. So muss das sein. Man geht raus und die Verstärkung kommt dann gleich entgegen. Man muss das laufen. Ich bin wieder, ich bin wieder, ich bin wieder, ich bin immer wieder im Geschäft. Trotz, trotz, trotz Bärfalle. Ich bin immer noch agil genug hier. Scheiß, auf Blutungsschaden. Hat mich noch nie gestört. Hör auf. Hör auf. Hör auf zu bluten. Au. Warte. Lass uns doch fruttern. Lass uns doch dealen. Kann ich jetzt? Dann gehen wir noch die Kadaver unterbeschüsse. Kann ich jetzt mal? Kann ich mal? Kann ich mal? Lass mich fressen. Brees. Dankeschön. Dann schießt ich mal noch mal drüber. Ich komm. Ich bin gleich da. Mach mit. Oh. Oh, life. Los geht's. Ah, da oben. Oh, ich komm. Ich geh mal durch. Kabaka. Yay, yay. Jawoll. Da kommt doch. Da geht mir doch das Herz auf. Das ist doch PC, wie ich es liebe. Und, noch jemand übrig? Nein. Du musst da zeigen. Was hier noch gemacht hat. Den kriegen wir auf die letzten Minute. Ah, genau. Stöne Brust. Ist der Widerstand hier? Jawoll. Und einmal angedötzt. Zweimal angedötzt. Und ab geht die Party. Party. Oh, nein, nein, nein. Wo? Pssst. Ah, lass mich doch hier durch, Mann. Ah. Also, manche Ecken sind wirklich gemein. Teilweise sind sie einseitig. Da kommt man von der einen Seite rein, aber nicht von der anderen. Oder eben, äh, sieht aus, als wenn man durchkommt und dann läuft man gegen die Wand. Und, wie unfair. Ja, man sieht doch, man merkt doch, man hat auch überall ein paar Cooldowns drin eben. Ne, dass man zum Beispiel mal gerannt ist. Dass man nicht, äh, gleich sofort zum Beispiel ducken kann. Wie zum Beispiel jetzt an dieser Stelle. Dass man sich dann da so, so rinnen slidet. Läuft nicht. Na komm. Na komm. Boing. Boing. Ich kriege ich, Mädchen. Und ich kriege auch nochmal. Aua. Oh, was war das denn da gerade? Ach, da hat einer. Einen Fallen gelassen und ist tatsächlich noch abgeknallt worden. Das geht immer noch. Ach, gewonnen. Na, wirst du im nächsten Mal. Hä, aber...